Die explosive Zunahme der Schilddrüsenerkrankungen ist auf den hohen Jodeintrag bzw. unkritischen Jodeintrag bei der Lebensmittelerzeugung zurückzuführen. Sie können sich davor schützen, indem Sie einfach Lebensmittel mit sehr hohem Jodgehalt meiden. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Video. Sehr geehrte Zuseher, ich darf Sie begrüßen. Mein Name ist Dr. Erich Putz. Ich bin Mediziner im Ruhestand oder vielleicht besser ausgedrückt im Unruhestand. Und mein heutiges Thema ist Jodexzess und die damit verbundenen Schilddrüsenerkrankungen. Der natürliche Gehalt des Steinsalzes beträgt 0,2 Milligramm pro 1 Kilogramm Steinsalz. Nach und nach wurde der Jodgehalt des Steinsalzes erhöht, sodass nunmehr der Jodgehalt des Steinsalzes 20 Milligramm pro 1 Kilogramm Salz beträgt und das ist das Hundertfache. Auch beim Viehsalz erfolgte eine Aufjodierung auf bis zu 200 Milligramm pro 1 Kilogramm Steinsalz. Und das ist das Tausendfache. Die WHO, also World Health Organization, empfiehlt 150 Mikrogramm Jod pro Tag an Zufuhr für den Menschen. Das sind 150 Millionstel Gramm, eine Menge, die man auf der Handfläche nicht sieht und nicht spürt. Dach, Deutschland, Austria, Schweiz 180 bis 200 pro Tag. Die nach und nach erfolgte gesteigerte Zusatzjodierung unseres Speisesalzes und Viehsalzes und auch die Verwendung von jodhaltigen, aufbereiteten Meeresalgen führten zu einem extrem hohen Jodgehalt in unseren Lebensmitteln. Jod hat sich leider Gottes zum Dopingmittel gemausert. Zuchtzeiten, zum Beispiel beim Geflügel oder auch bei den Süßwascherfischen, werden halbiert. So ist eine Forelle in zwölf Monaten schlachtreif und würde aber normalerweise in etwa 24 Monate brauchen. Beim Geflügel normalerweise 60 Tage, so mit der Zusatzjodierung ist es möglich in 30 Tagen. Die Milchproduktion bei den Tieren, bei den Rindern wird gleichfalls enorm gesteigert. Durchaus ein Geschäft. Auch findet Jod in Form aufbereiteter jodhaltiger Meeresalgen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie große Anwendung, zum Beispiel als Verdickungsmittel. Hier kommt sehr oft die Rotalge Karagin zum Einsatz. Jod ist auch ein Konservierungsmittel und schützt insbesondere alkoholfreie Getränke wie alkoholfreie Biere, aber auch sehr viele Fruchtsäfte vor frühzeitigem Verderb. Eine Aussendung der Universität Innsbruck diesbezüglich belegt die hohen Jodgehalte in diversen Getränken. Zudem kommt Jod als Desinfektionsmittel auch zum Einsatz, zum Beispiel bei Melkanlagen, in Molkereien, aber auch natürlich in Operationssälen oder in Metzgereien, mitunter auch in Bäckereien. Ein aktueller Vergleich mit den Jodgehalten früherer Zeit, festgehalten in der Lebensmittelbibel, Suchi Fachmann Kraut, zeigt auf, dass die aktuellen Jodgehalte um das Zigfache in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. Jod ist ein Spurenelement und kein Mengenelement. Übrigens, Jodsalz ist nicht koscher. Amerikanische Schiffslinien verzichten auf Speisen mit Jodsalz aus Rücksicht auf ihre jüdischen Mitbürger. Der Mensch ist das letzte Glied in der Kette und hier sammelt sich natürlich der Jodgehalt der Speisen an. Schon Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift. Bereits vor 500 Jahren. Der hohe Jodgehalt in unseren Lebensmitteln hat auch für viele unserer Mitbürger zur Folge Schilddrüsenfehlfunktionen und hier steht im Mittelpunkt Morbus Hashimoto oder vielleicht besser ausgedrückt Thyroiditis Hashimoto, denn es handelt sich um eine autoimmune, aber entzündliche Erkrankung. Die Schilddrüse zeigt einen Gewebeuntergang, stellenweise Gewebsbezirke, die bereits nicht mehr arbeiten und stellenweise Gewebsbezirke, die versuchen, mehr zu arbeiten, um die ausgefallenen Gewebsbezirke auszugleichen. Die Hirnanhangdrüse, das übergeordnete Zentrum der Schilddrüse, schüttet vermehrt TSH aus, um die Schilddrüse zur anhaltenden Mehrarbeit anzuregen, aber leider Gottes erfolglos. Gleichzeitig mit dem vermehrten TSH werden auch andere Hormone mit abgegeben, sodass es zu Begleiterkrankungen kommt, zum Beispiel bei Frauen im Brustdrüsenbereich oder im Eierstockbereich, bei Männern unter Umständen im Prostatabereich. Die Schilddrüsenerkrankung Morbus Hashimoto beginnt gerne mit einer Überfunktion, schlägt aber dann um in eine Unterfunktion und imponiert in diesem Stadium mit Kälteempfindlichkeit, mit Untertemperatur, mit merklichen Depressionen, Herzerkrankungen, Kreislauferkrankungen, unter Umständen auch Hauterkrankungen und Fibromyalgie. Die Diagnose erfolgt bei Morbus Hashimoto mit Ultraschall, ein sogenannter Fleckerlteppich imponiert, also Bezirke, die arbeiten und nicht mehr arbeiten, Laborbefunde, TSH von der Hirnanhangdrüse ist erhöht und die Schilddrüsenhormone sind erniedrigt. Zu TSH ein Wort. Hier bitte gilt der neue Referenzbereich, der auch im deutschen Ärzteblatt bereits 2007 ausgewiesen wurde. 0,4 bis 2,5 Millieinheiten pro 1 Liter. Das ist der neue Referenzbereich. Dadurch werden Schilddrüsenerkrankungen frühzeitig erkannt. Auch der Jodgehalt im Harn spielt eine große Rolle. Ungefähr 150 Mikrogramm, das heißt Millionstel Gramm, pro 1 Gramm Kreatinin ist anzupeilen. 300 oder 250 ist viel zu hoch. Auch wird empfohlen, natürlich einen hohen Vitamin-D-Spiegel zu haben, zumindest den neuen Referenzbereich, der zwischen 50 und 70 Mikrogramm liegt. Therapie, Diät. Diät ist ganz, ganz wichtig und hier gilt es Jodarmut, eine Empfehlung, die schwer zu realisieren ist. Das heißt kein zusatzjodiertes Speisesalz. Dann keine Wurst mit Jodsalz. Die Wurst enthält ungefähr pro Kilogramm 20 Gramm Salz und das ist in der Regel jodiert. Kein Hartkäse, der reift in der jodierten Salzlake. Und auch Gebäck meiden mit zusatzjodiertem Salz. Schilddrüsenhormontabletten, zum Beispiel Orthurox, mitunter auch etwas Selen, die Tabletten werden benötigt, um die Schilddrüse vorübergehend ruhig zu stellen, das heißt von der Arbeit zu entlasten und für einen ordentlichen Schilddrüsenhormonspiegel zu sorgen. Vitamin D ist auch ganz wichtig. Hier ist empfehlenswert ein Spiegel von 50 bis 70 Nanogramm pro Milliliter. Der Verweis, dass radioaktives Jod eine große Rolle spielt aufgrund des Reaktorunfalls in Tschernobyl, ist durch und durch fragwürdig. Deshalb, weil die Halbwertszeit von radioaktivem Jod acht Tage beträgt und der Reaktorunfall im Jahre 1986 stattfand. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.